Das Mikrofon Hallo, ich bin Roshani. Ich mache sehr viele Musicals leidenschaftlich. Ich bin in einem Chordeby, in dem wir auch auf grösseren Bühnen gestanden sind. Für mich ist aber immer die Herausforderung, vor wenigen Leuten zu stehen und vor allem vor einer Fachjury. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute kommt. Vom Angetan Michaela Ich bin in einem Schaden und Frau Angetan für die Frage im Himmel. Ich bin in ein Schaden. Und ich bin in einem Schaden. Ich bin ein Schaden. Meine Schaden.